Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft in der Silber Progmine wieso dann wollen wir mal schauen was heute so abgeht ich hoffe mal nur ein gutes haben wir denn hier eine Mage Krieger, Mönch Schamane, Dudu was ist? Exa gleich reinschreiben ES please ich denke mal der ist noch ein bisschen afk es tut sich was nein 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 thanks danke 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 ok wo ist eine Mage für Bufffood keine Mage da also ok Bufffood wäre es ja nicht das wäre normal als Food brauche ich sie auch gar nicht aber aber da ich ja gerade Bufffood sage kann ich mal aufschauen ja ich habe mal ein bisschen Low-Bufffood für Level 5 erstmal das ganze Bufffood hier verballern was ich habe da habe ich eins da noch eins da noch was ok dann haben wir noch Rankle und Schriftrollen Schriftrollen kann ich sowieso nicht benutzen aber was heißt könnte ich schon benutzen aber sobald einer den Buff da macht ist die Schriftrolle wieder weg bei Ausdauer wäre es natürlich der Priester Buff Ausdauer hier oder Hexer Buff sogar wäre weg Willenskraft wo ist denn hier Willenskraft keine Ahnung ok ok lass mal die zwei da hinlaufen der kurze der ist immer wichtig ein der es ja es du hast du hier Bett Na gut, ok. Wo sind die ganzen Leute gewesen? Mensch! Waffen, aufsetteln, loslaufen. Der kurze ist mit der wichtigste. Da macht man nichts, ich denke mal diese Runde wird richtig fies. Kann ich ihn hier jetzt noch machen? Ah, nochmal aufrufen, zack. Vielleicht kann man hier hoch gerannt. Oh. Hey, ich hab doch tausend drückt. Mäh. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist dann so ne schöne super Runde gehabt und heute wieder Trap. Aber noch für die Worte. Oh. 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 Oh, nice. Schrauben wir mal. Oh, ich krieg Schrauben. Ja, das ist Schrauben. Ach ja. Das hätt so ne schöne Runde werden können. Aber nein. Nein. Die wollen alle nicht so wie ich will. Los, komm her. Waffen. Aufsade. Und losleiten. 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 wasser war 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 Oh ja, mach mal. Kann ich auch sagen, doch, jetzt halt ich bin jetzt ein bisschen. Ich sehe da noch fast noch geprägt, ist jetzt er tot, war das mein Kind, ich hoffe es doch. Naja, zwei geht es aber, ich werde jetzt nicht mehr. Die ALIS haben schon doppelt so viele Punkte wie wir. Ich glaube ich sollte mal wieder in ALIS spielen. Nein, ich soll nicht. Ein bisschen hin und her hüpfen. Ach, gucken wir mal die Bärengestalt. Ey, ok. War nicht lang. Die Bärengestalt hat nicht lang ausgehalten. Junk-Button, außerdem Namali, den Namen kenne ich doch. Von Lorganon. Die ist aus Onyxia. Nein, dann ist es nicht die, die ich kenne. Sie σ nun im amountsigeren. Die haben ja auch SaaS emotional Maeier. Hast du dich? Kann doch sein. Ah, das war noch ein Ali-Punkt. Kann doch nicht wahr sein. Was geht los da rein? Die haben mich erwischt. Schwer verletzt. Oh, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. So, einfach mal. Nicht, aber nicht halt. So, einfach durchlaufen. Ich war wieder auf dem dritten Platz, genau wie gestern. Aber gestern haben wir ihn gewonnen. Nicht so wie heute. Naja. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.